Das war jetzt jeden Tag spannend, wann die Post hergekommen ist und die Susi ist unsere Zahlenmeisterin. Und wie schaut's jetzt aus, Susi? Ja, das sind einmal sicher über 9.000 jetzt. Über 9.000? Super! Ich bedanke allen, die da mit da haben, weil die bürokratischen Mühen waren ja wirklich nicht ohne. Aber jetzt geht's erst richtig los. Es geht nämlich um die Themen Gerechtigkeit, Armut, Klima. Und wir wissen alle, dass wir da mehr tun müssen. Der Einstein hat gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass es besser wird. Also, es muss anders werden. Und unsere Bewegung soll alle ermutigen, die diese Sehnsucht in sich tragen, dass wir sie auf die Raub bringen. Also, alles Gute. Danke nochmal.